Diese Landschaft ist schön und es ist einfach schön zu sehen, wie die Tiere hier leben. Was wir uns hier wirklich wünschen ist, dass Menschen mit diesen Tieren in Kontakt kommen und dass wir sie nicht als wahre, sondern als wirklich das, was sie sehen, als fühlende Leben auch sehen und behandeln. Wir müssen nicht gnädig sein mit denen, wir müssen denen einiges zurückgeben. Wir freuen uns, dass wir den Tierhof hier glücklich machen können. Wir haben einen Scheck dabei. Dankeschön. 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 Dankeschön.